Ein Adventslied, frisch geschrieben. In einem großen Topf kocht es die letzten Früchte des Jahres zum Moos. Ich grau dir tatlich übern Rücken und du schnurst und rückst zum Dank mehr auf den Schott bei einem Kuss. Teller und Tassen klappen fröhlich, in der Küche kocht Papa Kaffee. Mama übt dort unten Yoga, du suchst schon längst die passende DVD. Während es draußen wieder grau wird, rankt es hier grün und grün. Und du sammelst spazierend Gehenzweige und steckst sie zu Kerzen und Tannen dazu. Draußen sitzt die blaue Stunde, wir sitzen und spiele und hier ist es hell. Die Pyramide dreht und dreht sich, uns wird's Gott übel werden, werden wir so schnell. �h, David. Musik Musik Back nen Schokokuchen Oma, dann ist die Welt bald wieder im Lot. Und während Märchenfilme laufen, bleibt man für'n Moment vom Leben verschont. Da draußen lebt es sich grad' seltsam, doch hier drin mit euch ist puschelig warm. Wir schauen uns gemeinsam diese Welt an und liegen wie Murmeltiere arm in Arm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.